Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Smash Ultimate mit dem guten alten Flo. Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben, Alter, direkt die beiden Mains am Start, beziehungsweise meine Nemesis, generell Samus und Dark Samus sind ein Problem für mich. So, heute haben wir mal eine kleine Premiere. Ich spiele nicht mit LAN, sondern mit WLAN, weil das LAN nicht will. Einmal ein bisschen specialig. Richtig. Also schauen wir einfach mal, ob die Verbindung, also wir haben gerade einen Testkampf gemacht, da lief es eigentlich ganz okay, außer paar Ruckler. Das heißt, wenn es ab und zu ruckelt, nicht wundern, aber wir sehen es einfach als Feature und dann ist alles in Ordnung. Genau. Weißt du, wir spielen dadurch nur noch besser. Right. Hier, für dich. Aber es läuft tatsächlich ganz gut gerade. Für dich, oder was? Ja, sowohl für mich als auch mit der Verbindung. Alter, hier wird der Kede die Bombe gedingst. Bam, ab und nach oben mit dir. Die blöde Peitsche, Alter. Oh nein. Ah, ich dachte, ich hab die schon drin. Ich hasse die Peitsche. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Oh, die Bombe getaggt hat er hier. Die Bombe. Guck mal hier. Ah, verdammt. Oh, das war richtig gefährlich, Alter. Also für dich, nicht für mich. Nee, nee, nee. Für mich war das nicht gefährlich. Hier, für dich. Bam. Die blöde Peitsche, Alter. Die blöde Peitsche. Hier, für dich. Ha, die Bombe einfach. Alter, wie du die einfach fett abgeworben hast. Ich hab's einfach predicted. Wie ein Profi. Ein junger Profi sogar. So ist es. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich hab gar nicht auf die Rakete geachtet. Ja, das ist der Trick. Ich tue einfach so, als würde ich sterben. Dann denkst du so, ha, ha, ha. Und dann kommt einfach die Rakete und die fett sich auseinander. Alter, was war das denn gerade? Das nennt man crazy Combo. Guck mal, die geht sogar noch weiter. Die Peitsche war zu predictable. Der nicht weglaufen müssen. Nein. Oh, oh, das war schlecht. Nein, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Geh doch runter jetzt. Mann, wie lange er da aber auch wieder liegen bleibt, ey. Ich weiß, ich kenn das. Oh, man. Oh, die Bombe. Nein. Hier. Bam. Die Peitsche. Bam. Oh nein, ich wollte die Bombe nach unten werfen, damit du genau das nicht machen kannst. Tja. Ich hab nämlich genau das erwartet. Ah, das läuft grad nicht gut. Du hast eben noch gesagt, das läuft gut. Ja, grad eben lief's auch gut. Ach, als ob das nicht reicht. Ach, als ob. Jetzt geh doch weg, Mann. Ne, 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 ne. Tenke ich easy. Easy going. Okay, weg. Weg mit dir. Komm schon. Nein, 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 nein. Ich hasse es, gegen Link in der Luft zu sein. Ja, verständlich. Aber ich hasse es gerade, dass ich nicht den Kill hinbekomme. Nein. Jawoll. Komm, natürlich nicht. Also nicht, dass ich den so nehmen würde, aber. Ja, natürlich nicht. Als würdest du sowas machen, ne. Selbstverständlich nicht. Oh, das könnte gefährlich sein. Ja. Ja. Okay. Aber 33 Prozent ist grundsätzlich erstmal okay. Grundsätzlich ja. Damit kann ich leben. Hier. Na, schade. Okay. Oh Gott. Ah, ich bin grad fies aufgeregt. Ja, ich hab grade. Das ist grad viel zu schlimm. Bitte, nehmen sie hiervon ein bisschen. Oh nein. Ah, ich hasse diese Kugel. Diese blöde, pallisierende Kugel. Du hast alles, glaub ich, ne. Kugel, Feitsche, bam, ab, alles. Alles ist scheiße hier. Ja, durchaus. Was machst du? Der hat nicht, der hat meinen Sprung verbraucht. Ja, der hat nicht, ne. Ich glaube, das war meine Aura, die dich runtergejagt hat. Och nee. Ich war verwirrt. Ich hab meinen Bumerang eingesetzt und dann dachte ich, die hat auch meinen Sprung und wollte dann die AP einsetzen, aber meinen Sprung hatte ich schon vorher verschwendet. Der gute Falco, den wir nie gespielt haben und dann hab ich dich direkt besiegt damit. Das ist nicht gut, nicht Falco. Ich hab Bowser genommen, weil ich gehofft habe, dass du einen Schaden nimmst, der halt nicht so schnell ist. Das ist nicht gut. Tja, tja, tja. Ich hab aber nach wie vor keine Ahnung, wie man mit ihm spielt, also wird schon interessant werden. Ja, aber das Problem ist, dass es halt schnell wie sonst was ist und halt nervige Projektile hat. Das stimmt, ja. Aber Bowser ist halt eklig, weil Bowser nimmt dich halt immer die ganze Zeit raus und das ist nicht cool. Außerdem hab ich so in letzter Zeit quasi nur mit Samus gespielt, also ich bin gespannt. Ja, das passt schon. Also generell ist es ja jetzt auch wieder mein erster Kampf nach ein paar Tagen. Ich kann sagen, ich war krank und so, ne, also in meinen ersten Kämpfer. Ja, krank auch noch. Als ob man, wenn man krank ist, keinen Smash spielen kann. Ja, ich hab keinen Smash gespielt. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Ja, hab ich ja nicht. Kann man gerne nachschauen, ich weiß nicht, wobei ich glaube, man kann es nicht in meine Statistik nachschauen. Oh, da hat er. Ne, 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 alles gut, alles gut. Ja, okay, das läuft tatsächlich ganz, ah, das war dumm. Das war sehr gut. Okay, ich muss ein bisschen auf Abstand. Das finde ich gar nicht mal so cool, wenn ich ehrlich bin. Warum nicht? Oh nein, das fand ich gut. Du hast ja quasi noch keine Prozente, Alter. Was ist da los? Quasi habe ich keine Prozente, richtig. Ja. Alter, der Parry. Oh. Alter, das ist grad richtig kritisch. Ja. Ich finde das nicht gut hier. Geh weg. Alter, hör auf mit deinen dummen Laserbeams. Nein, ich muss hier irgendwie mal Prozente drücken. Alter, der Grab, was war das denn? Ja, ich war ja auch ein bisschen bewundert, dass es geklappt hat diesmal. Ich bin nur die krasse Range von Samus gewöhnt. Aktuell. Okay, ich bin grad richtig konzentriert, ich will mich irgendwie irgendwie rauswerfen, aber ich schaff's grad nicht. Das ist richtig schlimm gerade. Ja, jetzt aber. Das war's. Ja, nice. Ja, ich brauch locker noch ein Leben, um dich einmal rauszukriegen. Ich hasse... Oder du machst den Assi-Move. Das geht natürlich auch. Aber das ist okay, weil mit Falco lief nicht so. Deswegen... Ja, aber den nehme ich. Nach dem dummen Tod mit Link nehme ich den jeden Tag. Alter, Link gegen junger Link. Link gegen junger Link, let's go! Ich bin gespannt. Ja, ich nicht. Doch, ich auch. Den hab ich jetzt auch schon ne Woche nicht mehr gespielt, den jungen Link. Den... Wow. Mensch. Das ist so crazy. Okay, aber das wird schon. Das wird hoffentlich irgendwie... Das wird definitiv klappen. Da hätt ich einfach mal grabben dürfen. Ach, komm schon. So zum Beispiel. Als ob wir uns da parallel schön rollen. Sache ist, meine Pfeil sind besser, weil sie brennen. Ich weiß nicht, ob Feuer so gut ist. Ja, doch Feuer ist schon sehr nice. Meinst du? Ich glaub, Link hat keine Lust auf Feuer. So, wie wär's, wenn du mir mal Schaden machst? Gerade geht's so gar nichts, ja. Jetzt auch noch so großkotzig, ne? Ja. Aber irgendwann mit Link so richtig schön... Ich mach... Ich treff dich heute noch irgendwann. Guck mal da, Alter! Wuh! LOL, die 8%! Holy shit! Ich liebe die Musik gerade. Die ist so nice. Die spielt, glaub ich, normalerweise nicht auf der Stage, oder? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, ich glaube nicht, oder? Ich glaub, die ist normalerweise auf der Mega Man Stage. Boah, ich kann mich grad gar nicht konzentrieren. Das ist okay, damit kann ich leben. Okay. Und einfach den Bummhagen Predictive in meinem Pfeil. Mega heftig. Guck mal, ich auch! Ja, man merkt schon. Oder so, das trifft's eigentlich ganz gut. Oder so trifft es besser als vieles andere. Richtig. Komm schon. So ist es. Ich wünschte, hier wären keine dreckigen Plattformen. Ich hasse die. Alter, die Plattformen sind sweet. Die sind... Ja, du magst die jetzt gerade. Boah. Ja, natürlich. Ich würd' dich auch ohne Plattformen fertig machen. So ist es nicht. Na klar würdest du das. So, ne Bombe hinterher. Ja, ja. Boomerang. Bis du mich rauskickst, ne? Das kann noch ein paar Tage dauern. Meinst du? Ich glaub, dass ich, äh... Nicht... Oh, das fand ich gut. Du bist vielleicht grundsätzlich näher dran. Und zwar ein ganzes Stückchen. Ja, ein sehr großes Stückchen. Aber... Aber ich kann mich ja noch erst dienen, ne? Ich sag doch, die brennenden Pfeile sind besser. Oh, die hat er ihn gesniped. Ne, ne. Okay, gut. Wow. Also es geht gar nichts. Ich weiß nicht, was du hast. Aber die Verbindung ist trotzdem eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ne, die Verbindung ist nicht... Nein, 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 nein. Ich hab gesniped... Okay, perfekt, perfekt. Genau darauf... Das war meine gesamte Taktik. Du solltest dich einfach zu sicher fühlen. Ja, ich merk schon. Guck mal, und jetzt geht's nämlich absolut los. Jetzt geht's richtig los, Alter. Ich merk schon, jetzt hab ich einfach... Ja. Hören Sie auf mit Ihren Bomben, bitte. Ne, eigentlich find ich die ja ganz cool. Warum? Weil ich die ganz cool finde. Oh, oh, nicht gut. Doch, ziemlich gut. Ich hasse nur diese dreckigen Scheißplattform. Ich weiß nicht, wieso. Mit Link halt gerade echt schlimm. Weil ich so sehr schwierig noch an ich rankomme. Ich versteh nicht, was du hast. Ich find das gerade sehr nice. Ja, dass du das nice findest, das kann ich verstehen. Ja, versuch mich da zu treffen. Ist okay. Das schaff ich irgendwann auch. Oh, gefährlich! Ja, gar nicht so schlecht, jawoll. Jawoll! Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das wird ein verdienter Sieg. Alter, das wär so dumm, wenn ich das jetzt auch verliere. Das ist so richtig gechokt, Alter. 32 Prozent. Ach so dumm wär das gar nicht. Nein! Oh, komm schon! Jetzt aber! Jawoll! Nein! Ja, ganz verdienter Sieg! Nein! Ich hab so mein Leben! Wieso werf ich alle Vedges mit den Scheiß weg, die ich kann? Haha! Die du gedacht hast zu können. Verstech! Ja! Meine Taktik ist einfach nur aufgegangen, dass ich so am Anfang so getan habe, als könnte ich nichts und auch bis zum Ende noch so getan hat, als könnte ich nichts. Und plötzlich hab ich gewonnen und du denkst dir so, hä? Wie? Die Sache ist, meine Ausrede ist immer noch, ich hab das Spiel schon seit einigen Tagen nicht gespielt, alles safe. Alter, ich bin seit 80 Stunden wach und es ist 18 Uhr morgens. Ja! Du hast vorhin 20 Minuten geschlafen meintest du. 20 Minuten hab ich versucht zu schlafen und dann hat der Wecker geklingelt, weil ich mit dir aufnehmen muss. Muss? Ich dachte du willst hier mit dir aufnehmen? Nein! Das ist alles nicht freiwillig. Das ist sehr fies. Ja. Von daher. Ähm, ja. Und dann komm ich hierher und dann funktioniert dein WLAN nicht und dies nicht und... Mein LAN! Ja, alles funktioniert nicht. Mein WLAN scheint ja grad zu funktionieren. Ja, erstaunlicherweise schon, ja. Das geht schon, wird gut. Bin auch sehr... Äh, ja, aber man kann ja auch noch sagen, Alter, die Verbindungsprobleme, ähm... Also der Input-Lag, ne? Der macht mir Probleme und so. Dir natürlich. Richtig. Mir halt genauso. Dir halt nicht. Nein, nein, nein. Du hast halt keinen Input-Lag. Nur ich hab Input-Lag. Oh, verdammt. Okay. Läuft auf jeden Fall noch nicht so ganz. Ja, aber grad eben hab ich's ja auch noch gechokt dann. Das ist das Problem, du lenkst mich ein bisschen ab noch so, weißt du? Yes. Du versuchst jetzt mich als den Bösen darzustellen, obwohl ich hier die liebeste Person im ganzen... Die liebeste? Wer kennst du dich? Die liebeste? Guck, dann machst du dich jetzt auch noch über mich lustig. Nur weil ich einen Sprachfehler habe. Ja, genau. Was soll denn das jetzt hier? Das ist nicht so fair. Ja doch, eigentlich schon. Nee. Alter, das war nicht gut. Gefährliche Situation gerade. Okay. Nein, nicht da den Feuerball hinwerfen, Mario. Hör auf damit. Nun pack ihn doch! Nein, nicht. Oh, warum ist die Range nur so scheiße klein? Nein. Das denk ich mir auch manchmal. Ja. Okay, das ist nice. Na, kein Problem. Guter Smash. Smash Tag. Let's go. Nein, was war das denn? Oh, gefährlich. Ich hatte gerade richtig Angst, Alter. Aber ich habe mich auch gesmashed. Eigentlich hättest du weg sein müssen. Da kannst du gerne da countern, ist okay. Ja? Ist das auch okay für dich? Ja. Komm her. Ja, das kann ich gerne. Da kann ich immer Feuerball einsetzen. So ist es nicht. Okay, gut. Also ich habe diesen Char in den beiden nur fünf Mal gespielt. Wie oft hast du du China gespielt? Äh, nur fünf Mal. So ungefähr. Na klar, hat er nur fünf Mal den gespielt. Na klar. Aber ich bekomme gerade wieder nicht den Killen. Warte mal, hast du nicht Link ungefähr 10.000 Mal gespielt und damit verloren? Und zwar mit beiden. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, ob das so das Argument ist. Aber keine Ahnung. Ah, ich hasse es. Der dumme Rage-Modus auch noch. Rage-Modus, let's go. Nein. Ganz knapp nicht getroffen. Ah, in den aufgeladenen Smash rein, weil ich um ihn grabben wollte. Grabby, grabby, grabby. Versuch es nochmal. Ah, was war ich denn da gerade? Ich weiß nicht. Genau das Richtige habe ich gehört. Alter, ich mache gerade so dumme Sachen. Ich hasse gerade mein Leben. Warum? Es ist gerade richtig schlimm. Aber dein Leben läuft doch gerade sehr gut. Du verlierst gegen einen angesehenen Smash-Spieler. Ja. Und das, äh, du hast ihm schon fast ein Leben abgezogen. Ja, geh nach Hause. Das ist doch crazy. Darf ich jetzt in den Kommentaren? Leider der Louis Gepress ist wieder back. Ach, das kann jetzt nicht sein. Ja, ich habe auch gespämt. Mann, ich bin es zu mir leid, Leute. Ich war heute richtig schlecht. Schaut bei Flo vorbei. Wir haben dort auch eine Folge aufgenommen. Er hat 3-1 gewonnen. Ich bin bad. Flo ist eigentlich auch bad, aber ich bin noch schlechter. Was? Jetzt könntest du wenigstens mal sagen, Yo, du hast dich voll gesteigert. Guck mal, wie du mit dem Link gespielt hast. Und meinen jungen Link voll... Hä, ich habe richtig bad mit meinem Link gespielt. Ja, nein. Ja, aber ich habe ja richtig gut gespielt mit meinem Link. Ja, genau. Deswegen könnte man das auch mal appreciaten. Nein, aber nein. Ich habe wieder gesagt, der ist auch bad. Ja. Geh nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Wir werden in den Kommentaren sehr gerne gesehen. Tschüss. Haha, tschüss.